Jo Leute, was geht ab? Hanni am Start. Ja Freunde, heute bin ich nicht allein. Ich hab mir einen höchst prominenten Gast geladen. Ich freue mich, hier zu sein. Zusammen mit Siri werden wir heute das ultimative Foot Draft erstellen. Hast du Bock? Darauf habe ich keine Antwort. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Ja, du kannst mir mein Foot Draft erstellen. Genau. Genau. So, dann gehen wir doch rein ins Foot Draft. Spielregeln sind relativ simpel. Wir lassen Siri immer den Würfel rollen. Bei einer Zahl von 1 bis 5 gehen wir natürlich von oben nach unten beziehungsweise bei den Spielern dann von links nach rechts. Sollte Siri eine 6 würfeln, können wir uns sogar einen Spieler auswählen. Roll den Würfel. Ich würfele. Alles klar, die 6. Die 6! Wir können uns eine Formation aussuchen. Wichtig! Hey Siri, du bist die Beste. Oh, danke. Gerne. Dann gehen wir doch mit einer Formation, die wir auch lange in der Weekend League gespielt haben. 4-2-2-2. Da sind wir dabei. Kapitän. Oh, nur Schmutzkapitäne. Ey, es sind so viele Spezialkarten draußen und die gönnen uns so einen Schmutz. Dann hoffen wir mal, dass Siri uns wenigstens Mercedes Benzema gönnt. Hey Siri, roll den Würfel. Da ist nichts. Würdest du mich verarschen? Kein Witz. Es wird gewürfelt. Die 1. Die 1. Immerhin. Hey Siri, roll den Würfel. Es wird gewürfelt. Die 1. Jawohl. Roll den Würfel. Oh, was machst du denn? Dann heb den Scheißwürfel auf und würfel nochmal. Die 6. Die 6. Wir können es uns aussuchen. Dann können wir erstmal nur auf Chemie gehen. Roll den Würfel. Es ist die 2. Oh, ein Gunko. Roll den Würfel. Es ist die 6. Die 6. Wir können es uns aussuchen. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und nehme die Lainey. Es ist die 2. Die 2. Diesmal ist es eine 3. Oh, nein. Also Siri, nur nicht die 3, okay? Es wird gewürfelt. Die 3. Oh. Aua. Alles andere hätte irgendwie einen Link ergeben. Nur Aspie nicht. Oh. Es wird gewürfelt. Die 6. Die 6. Ich gehe Risiko mit Lacroix. Es wird gewürfelt. Die 4. Die 4. Jiku. Kann ja auch einfach mal ein Icon kommen. Oder ein Scheiß McGregor. Diesmal ist es eine 4. Oh, nein. Auswechseltorwart. Ich würfele. Alles klar. Die 1. Die 1. Eigentlich alle gar nicht so verkehrt bis auf Perisic. Hey Siri. Roll den Würfel. Es wird gewürfelt. Die 4. Oh, nein. Was macht die denn? Hast du gesoffen? Darauf habe ich keine Antwort. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Ja. Anständige Spieler auswählen. Verdammt nochmal. Okay. 4. Klausi. Ein Klausi. Herzlich willkommen. Klausi passt. Es ist die 6. Die 6. Wir können es uns aussuchen. Na immerhin. Müssen wir eigentlich David Silva erst mal mitnehmen für die Chemie. 3. 3. 1. 1. Pele. Stark Siri. Es ist die 2. Die 2. Die 6. Ich würfele. Alles klar? Die 4. Oh, schade. Nicht? Mchangamama. Diesmal ist es eine 6. Ja, können wir uns aussuchen. Okay. Und der sieht auch aus, als ob er richtig Bock hätte. Tja, ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also eigentlich ist es richtig scheiße. Darf Siri noch eine Zahl zwischen 1 und 3 sagen? Je nachdem, wie oft wir am Anfang wegsehen dürfen. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 2. 2. Okay. Okay. Dann gehen wir rein ins erste Spiel. Und Milito geht ab. Boom. Milito. Stark antizipiert von Delaney. Oh. Yes, baby. Pele. Oh. Ein Applausi. Jawohl. Dreh auf. Oh. Schön. Schön. Und noch ein weiter. Oh. Ist das stark gespielt. Ist das stark gespielt. Oh. 4-0. Milito. Pele. Oh. Oh. Ist das stark gespielt. Ist das stark gespielt. Ey. Ey. Jetzt kommt der Frust raus hier. 5-0. Starkes erstes Spiel. Das Team hat überzeugt. Was soll ich anziehen? Mit Mode kenne ich mich nicht so aus. Okay. Dann gehen wir rein ins Viertelfinale. Zöber. Boom. Oh. Starker Pass. Scheiße. Oh. 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 Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Oh. Das gibt es doch nicht. Versuch es einfach mal. Schöne Flanke. Oh. Oh. Rot. Schiri. Rote Karte. Wichtig. Bumm. Bumm. Mercedes Benzema. Oh. Jetzt immer drin. Jawohl. Und tschüss. Willst du mich heiraten? Ich kann einfach nicht. Wir müssten meinen Lizenzvertrag mit dir ändern. Umfänglich ändern. Okay. Halbfinale. Oh. Guter Versuch. Oh. Nein. Wie viel Pech kann man denn haben? Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ehrlich. Das Spiel ist doch so dumm. Wichtig. Wir leben noch. Wir sind da. Ruhig. Yes. Wo war das denn? Kein Abseits. Es ist so lächerlich. Ja. Holen die ab. Ist scheiße. Ja. Das Spiel ist verloren. Hey Siri. Ich hasse dich. Das klingt nicht gut. Wenn jetzt hier kein 99er Ronaldo kommt, ist unsere Beziehung zu Ende, Siri. Unsere Beziehung ist zu Ende. Das tut mir wirklich leid. Ja, nicht. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid.